Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Mit 75 Jahren und als der Action-Governor, besser bekannt als Chief Action Officer von Netflix, taucht Arnie wieder aus der Versenkung auf und zwar im Serienformat. Willkommen zum Tele-Stammtisch und willkommen zur Besprechung der Serie FUBAR, die seit dem 25.05. auf Netflix läuft. An meiner Seite eine Frau, die auf ein Crossover der Eberhofener-Reihe mit Fast and the Levercase hofft. Oh, da wäre ich sehr empfohlen. Das würde mich freuen, ja. Hola, Theresia. Hallo zusammen. Ja, bayerisch kann ich auch. Und ob er auf Action steht oder lieber schwarz-weiße Ferkel hütet, erfahren wir jetzt. Hallo David. David, hallo, grüß Gott. Hallo David. Ich bin der Sven und wir legen los. Seid ihr Arnie-Fans? Ja. Durchaus, ja. Ein bisschen mehr könnte man schon bieten. Also ich bin einfach 80er, 90er-Fan und dann kommt man natürlich an Arnold Schwarzenegger und den ganzen Action-Ikonen, Sylvester Stallone und so nicht dran vorbei. Ich glaube, ich hatte sogar Twins im Jahr VHS-Kassette. Irgendwie muss ich beim Fernsehen aufnehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich Twins gesehen habe. Oder der Kindergarten-Cop. Ich war bei Twins und so sogar im Kino. Wow. Verdammt. Nee, aber Arnold geht immer. Arnold geht immer. Das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen Lokalkolorit. Ich meine, einer aus Österreich, der es geschafft hat. Ich komme ja auch aus Bayern, so wie Theresia. Und dann ist das ja schon so nah dran und denkt sich, oh geil, einer von uns. Ja. Wir verleiben uns ja die Österreicher immer sehr gerne ein. Eben. Auch bei Mozart und so. Ja, Anifan, klar, bin ich auch. Habe ich auch schon in einigen Casts schön zelebriert. Ich mag ihn. Und was waren eure Gedanken, als ihr davon erfahren habt, dass ihr jetzt eine neue Comedy-Action-Serie auf Netflix raushaut? Und eure Erwartungen natürlich. Ich habe mir gedacht, ob das so das neue Ding ist von den etwas betagteren Hollywood-Schauspielen, weil es gab ja eben jetzt auf Paramount Plus ja auch die Serie Toilster King mit Sylvester Stallone, auch irgendwie im gleichen Alter. Und ob das jetzt so der neue Stil dann ist, dass die jetzt eine Serien machen und keine Filme mehr. Habe mich aber eher gesagt darauf gefreut, weil ich nicht wusste, was mich eben erwartet. Also ich dachte schon halt irgendwie an Action, so im Arnie-Style, aber genau war es mir nicht klar, was da auf mich zukommt. Ja, also mir ging es sehr ähnlich. Ich dachte auch erstmal, das klingt so ein bisschen nach Geldmacherei, so nochmal das letzte rausquetschen, was jetzt noch im Endstadion des Lebens geht. Und so ging es mir auch bei Sylvester Stallone, aber als ich dann Toilster King gesehen habe, das, was mich positiv überrascht hat, die Serie, hatte ich dann gehofft oder war meine Hoffnung, dass Fuba eventuell ähnlich wird, beziehungsweise es war ja schon so angekündigt, das ist das True Lies als Serie. Und ja, ich habe gedacht, das kann schon funktionieren, dass es kein Shakespeare wird, war klar. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite dachte ich, ja, habe ich schon Bock drauf. Aber man muss halt auch sagen, dass die letzten Arnie-Filme, boah, nicht gerade wirklich die Kracher waren und halt auch keine Kassenmagneten mehr. Ich dachte noch, ich weiß nicht, ob er noch zieht, aber reingucken wollte ich auf jeden Fall. Und Toilster King mit Sly hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl ich was anderes erwartet habe, aber ich wurde sehr gut überrascht. Um was geht es denn bei Fuba? Wer von euch möchte denn einen kurzen, knackigen Inhalt präsentieren? Die Theresia hatte sich doch freiwillig gemeldet. Ich dachte, ich hätte mich freiwillig gedrückt, aber gut. Nee, also es geht eben um Arnold Schwarzenegger, der spielt Luke Brunner, einen CIA-Agenten, der eigentlich in Rente gehen mag, aber dann noch zum letzten Auftrag losgeschickt wird, um einen enttahnten Kollegen quasi zu retten und muss dann überrascht feststellen, dass er sich bei dem Kollegen um seine eigene Tochter handelt, die auch, ohne es der Familie zu sagen, zur CIA gegangen ist. Und die Staffel geht eben quasi darum, dass sie hier den zweitmal wieder Kurs nach Boro-Ding festmachen. Und in jeder Folge müssen sie quasi eine Mission erledigen, um eben ihrem Ziel, Boro-Ding festzumachen oder zu töten, näher zu kommen. Und dabei muss natürlich dann familientechnisch auch einiges gekittet werden, weil es kann ja nicht sein, dass man sich gegenseitig anlügt und verschweigt, dass man bei der CIA ist. Genau. Vielen herzlichen Dank. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hatte sofort True Lies-Vibes. Ja, total. Ich bin gleich, vorab gesagt, ich bin kein großer True Lies-Fan. Ich finde den ziemlich überbewertet. Von der Action her super, aber es gibt da ein paar Probleme drin, die ich einfach nicht schönreden kann. Ja, war es bei euch genauso. Theresa, fang erst mal an, hau es raus. True Lies, gut, schlecht? Ich mag ihn. Hast du dich? Es gibt natürlich auch so Szenen, die ich irgendwie schwierig finde, aber im Großen und Ganzen ist das auch durchaus zu einem meiner liebsten Filme auch mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ich hatte da auch so Vibes für True Lies noch mehr dann, als da noch so ein Cameo-Auftritt um die Ecke kam in der Serie. Ähm, aber ja, so der Anfang war schon sehr, hat mich schon an True Lies erinnert, aber ja, die erste Folge war etwas schwierig, nee zum Kummer, aber ich muss sagen, so mit den Folgen, also wie Sie sagen, die Serie war nicht mein grandioses Highlight, aber ich fühlte mich durchaus gut unterhalten. Ja, es ist alles so ein bisschen drin, True Lies, ein bisschen Alias, wenn man die Serie kennt und ein bisschen die alte Mission Impossible Serie, das steckte auch so ein bisschen drin und ja, also mich hat sie an sich so schon von Anfang bis Ende relativ gut unterhalten. Also man, sie ist interessant genug, dass man dranbleiben will, das hängt natürlich auch von ihrer Machart ab, beziehungsweise von so, wie sie ihre Folgen konzipiert haben, die sind im Grunde genommen immer gleich aufgebaut und oft enden sie eben mit einem Cliffhanger und dann will man schon noch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ja, klar, super intelligent ist das alles nicht, ähm, also, aber ich fand einige Dinge dann schon recht gut gemacht, auch besser dann als den True Lies, also den Film True Lies, äh, als Beispiel, es gibt so ein paar Themen, die man thematisiert hat, so Agententhemen, die, äh, diese besprochen haben, weiß nicht, wie gehen wir mit Folter um oder wie ist das mit Sex während der Arbeit und so Dinge, das, das hat so ein bisschen an alte Star Trek Folgen erinnert, äh, in denen man auch so gesellschaftliche Themen quasi diskutiert hat, das fand ich ganz witzig auch teilweise und gut gelöst und, ja, von der Action her fängt sie stark an, klar, man will die Leute ja irgendwie mit was beeindrucken, dann lässt sie stark nach, um dann gegen Ende nochmal ein bisschen anzuziehen und man sieht natürlich auch ganz klar, dass Arnold Schwarzenegger, 75 ist, seine Stunts wahrscheinlich alle nicht mehr selber macht und gerade in den ersten zwei Folgen, wo es ein bisschen stärker, auch mehr Explosion zur Sache geht, das ist schon stark zerschnitten, wenn er von irgendwas runter springt und sowas, dann sieht man ständig, dass, oh, hier haben sie ihn wieder ausgetauscht, da haben sie ihn ausgetauscht, äh, also ähnlich wie bei Terminator 2, bei dem Motorrad Jump, sieht man ganz deutlich, dass das nicht Arnie ist, der da gerade, äh, Hiebe und Schläge verteilt. Ja, ich muss sagen, die erste Folge hat mich ganz gut abgeholt, so gerade der Anfang, dachte ich, oh, das sieht alles, das sieht ja wirklich hochwertig aus, das hat mir auch am Anfang direkt Spaß gemacht, ich hatte direkt Arnie-Vibes und dachte, alles klar, töte sie alle. Was dann aber kommt, ist, und darauf liegt ja wirklich, ob der Hauptaugenmerk dieser Serie ist, die, ich muss es leider sagen, die Familie. Also der Familienanteil ist ja wirklich der Anteil, der alles aushüllt. Und was ich jetzt auch nicht so schlecht fand, ich fand auch, die beiden haben wirklich zusammen sehr schön harmoniert, also Monika, Barbaro, die die Tochter Emma spielt und Schwarzenegger passen gut, das hat mich auch nicht gestört. Was mich so ein bisschen gestört hat, ja, okay, gut, ich hätte mir vielleicht ein bisschen härtere Action gewünscht, aber was die Serie wirklich hat, ist ein immenses Pacing-Problem. Du hast eine Action-Sequenz und danach schaltet sie von Gang 6 direkt auf Gang 1 und du selbst hast keine Zeit, jetzt irgendwie auch so ein bisschen runter zu kommen. Vor allem, wie machen sie das immer alles innerhalb einer Folge. Ich hätte es mal verstanden, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir mal eine Folge, wo es nur um die Familie geht, quasi, um das Privatleben so ein bisschen auszuleuchten, aber nee, in eine Folge wird immer alles reingepackt. Statt zu sagen, jetzt hat man zwei Filler-Folgen, die man so auch noch hat. Ja, und es ist halt wirklich sehr viel, also es gibt sehr großen Familienanteil, ich meine, Emma ist verlobt und hat natürlich da jetzt mit dem Problem zu kämpfen, die ihr Vater eben auch hatte als Ehemann und Lebenspartner. Dann gibt es noch den Bruder von ihr, der sehr wenig vorkommt und den ich immer irgendwie vergessen habe, dass der ja auch noch existiert. Es ist sehr viel drin, dann in den späteren Folgen wird dann auch noch quasi das Enkelkind irgendwie krank und man gedacht hat, warum denn jetzt das auch noch? Dann gibt es noch irgendwie die Konkurrenzfirma, die jetzt da die Bücher von ihm sehen will, weil er so eine Tarnfirma hat und man gedacht hat, okay, was wollt ihr jetzt noch alles machen? Also hätte durchaus ein paar Geschichten weniger sein dürfen und dafür halt dann mehr fokussierter auf die anderen Gegebenheiten. Ja, es stimmt, das stimmt, die packen schon sehr, sehr viel in sehr wenig Zeit, zumindestens für eine Episode, die sind manchmal wirklich sehr überfrachtet, aber bevor wir zum großen, für mich, also Pacing-Problem kommen, wie fandet ihr den Cast rund um Arni? Hat es für euch gepasst? Waren da einige dabei, wo ihr gesagt habt, ach, die habe ich relativ schnell ins Herz geschlossen oder war einige dabei, wo ihr gesagt habt, ey, das geht gar nicht? Also mir geht es auch so, dass ich Emma Brunner, die Tochter, also von Monika Barrow gespielt mochte und auch dieses Zwischenmenschliche zwischen Arni und eben, also zwischen Luke und Emma, das ging nicht so stark auf die Nerven, wie ich das zu befürchtet hatte, dass es mir irgendwann mal auf die Nerven gehen würde, weil man ja immer diesen Konflikt hat, alte Generationen, neue Generationen, moderne und ältere Dinge, das, klar, das kommt alles vor, dieser Clash dieser Generation, und es kommt auch sehr häufig vor, aber kurz bevor es wirklich richtig nervig wird, haben sie es bei mir zumindest geschafft, das dann immer wieder runterzudrehen. Auch der andere Cast gibt ja dann noch so ein paar Sidekicks, die habe ich anfangs gar nicht so wahrgenommen, die waren so ein bisschen eher so Comic-Relief-haft und erst später, so ab Folge 6, glaube ich, hat man denen auch ein bisschen Fleisch gegeben und das war auch nötig, weil sonst hätte ich mir gedacht, wieso waren die überhaupt die ganze Serie lang dabei. Erst später werden die auch so ein bisschen dreidimensionaler. Und ansonsten, von der schauspielerischen Leistung her, von allen war das eigentlich ganz okay. Bei manchen dachte man halt, okay, der spult halt sein Zeugs runter und versteht selber nicht so ganz, warum er in der Serie auftaucht. Also gerade auch, und viele Dinge werden halt nie zu Ende gedacht, oder die bekommen einfach zu wenig Screentime. Also wenn, man hat sich halt nie entscheiden können, will ich jetzt die Familie beleuchten, will ich den Fall beleuchten und so kommt alles immer irgendwie nicht so ganz voran und kriegt zu wenig oder zu viel Aufmerksamkeit. Also das ist tatsächlich, diese Waage hat nicht so ganz gestimmt und dadurch wurde auch viel verschenkt. Also der Kater, der Freund quasi von Emma, der Verlobte von Emma, der war auch so, das war so einer, hm, also das hat sich nicht richtig entwickelt oder man wusste eigentlich sofort, wohin es geht. Und dann, also, ja, das waren tatsächlich irgendwie diese Storylines, die haben bei mir keinen Sinn gemacht. Ich finde, eben den Kater haben die ein bisschen lieblos irgendwie behandelt, weil, wie du es gesagt hast, also alle anderen Figuren haben für mich dann auch so nach und nach ein bisschen mehr Hintergrund bekommen, also auch die Kollegen hier, die Elden und Ruth und so weiter und ich macht auch Barry sehr gerne, das war halt so der, wo ich immer durch die Missionen begleitet habe. Ja, fand ich auch schön, als da ein bisschen so Background-Kummer ist, weil ich mir auch am Anfang gedacht habe, naja, also wenn die da immer nur so da sind, um irgendwie zwei, drei Sprüche abzuliefern, finde ich es ein bisschen langweilig. Deswegen fand ich das echt gut, dass die da, ja, dass man die auch näher kennengelernt hat. Aber schauspielerisch war wirklich, muss ich auch sagen, fand ich es von allen sehr gut und fand auch, dass so das Team per se dann auch gut harmoniert hat oder auch dann die, die Zwistigkeiten, dass das auch glaubhaft quasi gewesen ist. Also für mich war das schon sehr stimmig. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit beiden, also mit zwei aus dem Team meine Probleme gehabt, das war einmal die Rue dargestellt von Fortune Feimster, die ich auch vorher nicht kannte und meinen absoluten Hass, nicht Hass-Schauspieler, das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben, aber Travis van Winkel, der den Elton darstellt, der hat mich einen Freitag der 13. Teil tatsächlich gekostet. Also ich kann mir den nicht wirklich angucken, ohne in absoluten Aggressionen zu verfallen. Aber es ist halt einfach, weil er halt auch einen ätzenden Typen darstellt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Den Cast fand ich bis auf die beiden, also er hat mich jetzt nicht so gestört, nicht so kolossal gestört, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich muss es unbedingt ausmachen. Aber da schwingt halt so eine böse Erinnerung mit, während bei Rue es wirklich so war, sie kam mir vor wie, ach Gott, wir haben McCarthy nicht bekommen, jetzt nehmen wir sie. So das Gefühl hatte ich zwischendrin, weil es halt auch der typische McCarthy-Humor ist, aber wie gesagt, ich kenne von Fortune Feimster gar nichts. Kann ja auch sein, dass sie auf dieser Schiene da mitschwingt, aber das ist sowas, wo mich so ein bisschen gestört hat. Was ich sehr geil fand, waren diverse Kurzauftritte, auch von einem Folterknecht, das habe ich ziemlich gefeiert. Ja. Weil die Serie, was ich auch schon gesagt habe, für mich so ein Pacing-Problem hat, dass sie auch nicht wusste, wo schalte ich jetzt in den Comedy-Bereich und wo schalte ich jetzt eher in den Bereich, wo es an die ernsteren Töne geht. Und da haben sie bei Kater viel verschenkt, weil am Anfang Arnie ihn ja auch als den Waschlappen, oh um Gottes Willen, was will meine Tochter mit dem. Da machen sie nichts draus. Irgendwann ist es so weit, dass mir einfach Kater teilweise wirklich so leid getan hat. Ja, mir auch immer gedacht, der arme Kerl. Der arme Kerl, ja, er gibt wirklich sein Bestes, er versucht alles mögliche zu machen, aber er wird einfach immer depressiver. Jetzt sitzt dann irgendwann im Krankenhaus da, wo ich gedacht habe, oh um Himmels Willen, da hätten sie so was Schönes draus machen können. Einfach auch so diese Gespräche mit dem neuen Ehemann, den sie drin haben beim Essen, da hätten wir echt was Schönes draus machen können. Aber sie machen teilweise nichts draus oder verändern einfach den Tonus der Serie so, dass du zwischendrin hockst und denkst, okay, ist das jetzt ein Psychogramm? Oder was wollt ihr jetzt mir da damit sagen? Also so dieser Sprung von Komödie zu Drama, den haben sie einfach nicht richtig gut hingekriegt. Ja, das ist halt auch ein Problem, was ich ein bisschen habe mit der Serie, dass die zum einen halt sehr viel reinpacken und dann halt die anderen Sachen aber nicht irgendwie weiterführen. Also wo ich dann eben auch gedacht habe, was ich dann irgendwie gut fand, wo hier unser Filsinger Borrow dann halt so seine Nerd-Armee drauf angesetzt hat, die beiden zu finden. Und ich mir gedacht habe, oh, klingt interessant, wird spannend und dann kam nichts mehr. Ja, es ist wirklich so. Ich fand auch, dass sie einige wirklich gute Ansätze und Handlungssachen einfach dann irgendwann verpuffen lassen. Das ist total uninteressant. Und auch so die Krankheit, die dann später auftaucht, dachte ich mir auch, das will ich. Also ich verstehe, was sie damit versucht zu bezwecken, aber irgendwie passt es da nicht so rein. Das ist halt dieser typische True-Lives-Moment, dass man quasi neben der Hauptvision die CIA dafür misbraucht, noch private Angelegenheiten zu regeln. Und das dachte ich auch, das wird ein bisschen zu überspitzt, weil das hat man ja auch quasi fast jede Folge irgendwie gehabt, dass man einerseits die CIA-Mechaniken eben hat, um seinen Auftrag weiter zu verfolgen, aber andererseits seine Privatsphäre von Menschen, die man liebt, noch ausspioniert, dachte ich, okay. Und auch alles komplett ohne Konsequenzen. Bei True-Lives hatte das ja, glaube ich, zumindest so ein bisschen Konsequenzen, aber hier gar nicht. Also da kann anscheinend jeder Agent einfach alles ausspionieren, wo er Bock hat und nachverfolgen ohne Freigaben. Es bleibt ja in der Familie. Ja, aber da ist halt die, ich fand das jetzt, also ich fand es nicht so schlimm, aber sie haben halt einfach dann was Ernstes draus gemacht. Hätte man das noch ein bisschen komediantisch besser verpackt, wäre das auch anders da, glaube ich, angekommen. Aber ja, das ist so wirklich so, dass eines der Hauptprobleme, auch der Psychiater, der hatte ein paar richtig gute Ideen und sie machen teilweise ja auch ein bisschen was draus, aber dann ist es halt auch eher so die Sache muss oder muss nicht. Wir könnten ja noch einmal über den Bösewicht quasi sprechen. Ich meine, so eine Serie lebt ja davon, wie gut der Bösewicht ist quasi oder was er so für einen Charakter hat. Wie fandet ihr denn den Borro als Gegenspieler von Arnie? Puh, wie soll ich sagen, es ist halt quasi, er hat ja eine direkte Verbindung auch zu der Rolle von Arnold Schwarzenegger, was es natürlich auch nochmal etwas schwieriger macht, dass die jetzt halt gegen den vorgehen müssen. Aber er fühlt sich eben seinem Vater verpflichtet, unter das Werk fortzuführen und will halt deswegen das tun, was halt alle psychopathischen Terroristen tun, irgendwelche Bomben bauen und Höchstbieten verkaufen. Ich finde es schade, weil ich glaube, er ist ein sehr guter Bösewicht, aber ich finde, sie haben wenig Fokus irgendwie auf ihn gelegt. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, also lieber gerne wirklich auch die anderen Themen, wo wir schon gesagt haben, was wir eigentlich etwas oder was ich eher überflüssig fand, das vielleicht weg und ein bisschen mehr ihn noch irgendwie herausarbeiten oder darstellen. Ich finde es echt schade, dass die, zumindest ging es mir so, dass die in einzelnen Folgen nur wieder vorkamen und dann musste halt wieder irgendwie böse gucken und böse Kommentare von sich geben, aber ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Definitiv, ja, weil ich finde, Gabriel Luna macht es gut, der bringt beides gut rüber, auch so dieses Verletzliche und eigentlich bin ich von dir als Vaterersatz natürlich brutalst enttäuscht, aber da haben sie halt auch jemanden an der Hand, der mehr machen könnte und den, ja, lassen sie halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Thematik Familie und den anderen Krimskrams leider so ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Ja, mir war auch nie so ganz klar, was seine richtige Motivation ist, also das ist halt so ein Abziehbild, ich mache einfach das, was mein Papa gemacht hat, ich will sein Werk fortführen, aber warum, weswegen, weshalb, also es kommt ja auch nie irgendwie drin vor, dass er so eine super enge Beziehung zu seinem verstorbenen Vater irgendwie gehabt hätte, also wie auch, er hat ja kaum gekannt, aber ich fand es interessant, dass er ja quasi das Produkt ist von Luke Brunner, wenn man das so sehen möchte. Also diese Verschneidung fand ich toll oder fand ich gut gelöst, das brachte nochmal so eine etwas andere Ebene rein, aber dafür, dass für das, was er für ein Leben vorher gelebt hat, bevor er quasi böse geworden ist, war er mir dann auch quasi dann schon fast wieder ein bisschen zu dumm, weil er war ja wohl auf guten Schulen vorher und da hat er mir teilweise dann einfach ein bisschen zu dumm reagiert auch oder einfach zu klassisch oder da habe ich mich dann schon gefragt, wieso macht er die gleichen Fehler seines Vaters nochmal, also das waren so Dinge, die mich da so ein bisschen an ihm gestört haben und auch generell, die Gefahr wurde immer so aufgebauscht in der Serie, also wir müssen unbedingt verhindern, dass diese Bomben entstehen und dass sie verkauft werden und bla bla bla, aber dann setzen sie immer nur so ein ganz kleines Team drauf an, da fehlte mir die Dimension so ein bisschen, also das wurde immer nur groß geredet und gefährlich geredet, aber trotzdem setzen sie ja maximal ja diese zwei Leute drauf an, das fand ich auch immer ein bisschen schwierig. Ja, also ging mir genauso und vor allen Dingen, also die haben ja immer, wie gesagt, in jeder Folge so diese eine Mission, was jetzt immer so kleine Teilstücke sind und ich fand die Mission immer wahnsinnig aufgebaut, schon kompliziert, für das, dass die einfach immer nur so ein Mini-Teil irgendwie gebraucht haben oder irgendwie so eine Mini-Information oder irgendwas, ich dachte mir immer, was macht ihr hier nur für ein Aufriss, deswegen so, ja, La Pali ist es nicht, aber es ist halt so ein Mosaikstein, um quasi den Oberbösewicht zu kriegen und ich dachte mir, okay, das ist sehr viel Aufwand für sehr wenig Information. Ja, also mich hat das auch an so alte 80er-Serien erinnert, so A-Team und sowas, weil so eine Folge immer gleich aufgebaut ist, also man hat einen Fall der Woche, man hat irgendein Familienproblem, dann sitzt man einmal im Meetingraum und dann wird nochmal alles erklärt, was der Fall der Woche quasi ist, dann fliegen sie zum Einsatzort, aber vorher müssen sie sich noch irgendwelche Ausreden konzipieren, warum sie jetzt wieder nicht zu irgendeinem Familientreffen kommen können und dann ist der Einsatz und dann gibt es einen Cliffhanger, ja und dann kommt schon die nächste Folge, der Cliffhanger wird aufgelöst und es fängt wieder von vorne an. Ja, ist ja wirklich so, und dieser Cliffhanger ist dann so nach zwei Minuten beendet und dann kommt erst mal wieder Familiendrama, ach ja, wie war es auf der Geschäftsreise? Genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Gibt es irgendwas, was euch sehr gut gefallen hat? Ich meine, wir haben jetzt die Schwächen mehr als ausreichend beleuchtet, gibt es auch was Gutes? Oder wo ihr sagt, hey, ja, es war zwar jetzt nicht perfekt, aber es war trotzdem eine angenehme Zeit? Also, wie gesagt, ich hatte ja trotzdem meinen Spaß damit. Es gab schon ein paar Szenen, die ich wirklich lustig fand, auch manche Gespräche, die ich wirklich auch nachvollziehen konnte, wenn es halt eben um die Probleme geht, die eben, also quasi dieses Agentenleben mit sich zieht, dass man halt immer eben unterwegs ist und immer halt seinen Partner enttäuschen muss und so weiter und der natürlich dann irgendwann gefrustet ist. Oder auch, selbst da, wo sich dein Lieblingscharakter Sven so ein bisschen öffnet und sagt, dass es für ihn ja auch nicht einfach ist, wenn er hier immer so der Schönling ist, wo ich mir gedacht habe, oh, du armer Kerl. Aber es war glaubhaft. Also, und das fand ich irgendwie auch schön, weil das war eine gute Abwechslung, fand ich. Aber wie gesagt, also David hatte recht, also es wäre vielleicht auch mal schön gewesen, einfach so eine Folge zu sehen, in der es halt nur um irgendeine Mission und Action geht und dann halt so eine komplett ruhige Folge, wo dann eben genau diese ganzen Thematiken besprochen werden. Und nicht immer so abgehakt, quasi alles in eine, einmal Action, einmal Familie, einmal Besprechung, dass das halt, jede Folge sah halt gleich aus. Und das fand ich halt wirklich irgendwie ein bisschen schade. Aber drumherum, die Gespräche oder so manche Szenen fand ich wirklich gut. Ja, also mir geht es da genauso wie Theresia. Also, auch wenn sie die Balance so nicht richtig gefunden haben, war es schon sehr abwechslungsreich. Man hat ja schon auch viele Schauplätze gehabt und gute Einfälle für diesen Fall der Folge. Da waren ja schon ein paar witzige Sachen dabei und man wird da auch gut überrascht. Und klar, das Endprodukt ist vorhersehbar, aber wie sie dort hinkommen, da war schon die ein oder andere Überraschung auch für mich dann so drin. Ich sage auch nur so Dinge, auch viele witzige Momente. Ich sage mal, dieser C zum Beispiel, wo es um einen C geht. Das fand ich eigentlich ganz witzig, wie sie das so eingebaut haben. Und ja, und generell dann ab und an, das haben sie so ein bisschen aufblitzen lassen, was ich ja vorhin gesagt habe, dieses, ich nenne es mal Star Trek Diskussionen, wenn es ums gesellschaftliche Themen geht, wenn sie sich streiten, ob sie jemanden foltern sollen oder nicht und was das für Konsequenzen hätte. Und wie die Agenten damit umgehen, dass sie vielleicht während sie im Einsatz sind, mal mit jemandem schlafen müssen, um an Informationen zu kommen. Das fand ich ganz unterhaltsam. Ja, ich hatte zwischendrin auch meinen Spaß. Also es war jetzt keine Vollkatastrophe, auch wenn ich mir, wie gesagt, was wir jetzt auch schon oft genug gesagt haben, ein anderes Pacing gewünscht hätte oder einen anderen Aufbau. Was mir gut gefallen hat, waren aber auch die Enthüllung des Schriftzugs am Anfang der Serie, die jedes Mal neu war und mir auch jedes Mal wirklich Spaß gemacht hat. Das sind so Momente gewesen, wo ich gedacht habe, ja, da ist schon Potenzial da, ihr müsst es bloß anders da verpacken. Gut, ich würde sagen, das Fazit haben wir jetzt auch schon mit reingekloppt. Wollt ihr mehr von Arnie auf Netflix oder sagt ihr, weißt du was, pack deinen Rollator zusammen, setz dich nach Kalifornien auf die Ranch, geh in Rente, ist gut jetzt. Ja, also zu der Abschluss der Serie oder der ersten Staffel, sage ich jetzt einmal, es gäbe Potenzial quasi für eine zweite Staffel. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ich würde auch die zweite Staffel, wenn es denn eine gäbe, würde ich schauen, weil ich, wie gesagt, schon mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Es macht irgendwie immer noch Spaß, Arnie zuzuschauen und ja, fand ich eine gute Serie. Also nicht überragend, aber ich hatte eine gute Zeit damit. Es waren ja jetzt nur acht Folgen. Das kann man auch mal so an einem Tag weg wünschen, wenn man Lust dazu hat. Und ja, wie gesagt, wenn es eine zweite Staffel geben würde, würde ich mir die auch wieder anschauen. Ich würde, ich wäre nicht traurig, wenn er sich in Rente gehen würde. Ich glaube es zwar nicht, aber ich wäre nicht traurig, denn ich habe so ein bisschen vermisst, dass er sein Alter mehr in seine Rolle einbaut. Das hat nämlich Sylvester Stallone in Tulsa King echt sehr gut gemacht. In Tulsa King ist Sylvester Stallone 75 Jahre alt und er ist auch in echt 75 Jahre alt und er nimmt dieses Alter auch mit in seine Rolle. Klar kann man jetzt, wenn man eine CIA-Serie dreht, nicht sagen, ich bin 75 und gehe jetzt dann erst in Rente. Dann muss man sich zehn Jahre jünger machen, das verstehe ich. Aber er hätte trotzdem vielleicht sein Alter und seine Gebrechlichkeit ein bisschen mehr einbauen können. Das sehe ich bei ihm nicht. Er tut immer noch so, als wäre er, weiß nicht, 40, 50, spielt sich da schon noch so ein bisschen auf. Nur, dass er halt den Anschluss an die Welt, sag ich mal, verpasst hat, dass er so Dinge dann nicht versteht, wie, keine Ahnung, wie es halt immer so ist, neumonische Begriffe und Wörter oder das Internet und wie Techniken hier und da funktionieren. Das ist mir aber zu wenig. Also er müsste das, also er müsste, ich würde mir wünschen, er würde ein bisschen wieder mehr Charakter machen, wobei das hat er natürlich an sich auch noch nie richtig gemacht. Aber ja, eine zweite Staffel würde ich mir anschauen, habe aber eher die Befürchtung, dass die schlechter wird, so wie sie geendet hat. Also das, also befürchte ich ziemlich schlecht ist, wenn sie weiter fortgeführt wird. Aber ja, also ich bräuchte jetzt keinen Actionfilm mehr mit Arnie. Da gibt es einfach mittlerweile neue Leute, die das besser machen. Nee, gibt's nicht. Ja, also zumindest nicht so im 80er-Style, aber es gibt, ja, also ich brauche keinen Actionfilm mehr mit Arnie. Ich glaube, seine letzten Actionfilme habe ich auch eh noch eh nicht mehr oder kaum geguckt. Und die ersten zwei Folgen hier von Fuba haben ja gezeigt, wohin das führt, wenn er noch Action macht, dass es eben stark zerschnitten wird. Man überall irgendwie so einen Austausch-Stunt-Double dann immer von hinten sieht. Das brauche ich nicht. Also wenn sie sich wieder ein bisschen mehr auf die Familie jetzt vielleicht konzentrieren würden, da so ein bisschen Richtung Alias gehen, statt True Lies, ja, vielleicht. Also eine zweite Staffel, ja, ich würde auf jeden Fall mal reinschauen. Er dreht ja auch einen neuen Actionfilm, also inwieweit es wirklich tatsächlich ein Actionfilm wird oder ob das eher in Richtung Thriller geht. Aber es wird wieder ernster, so viel ich gelesen habe, Breakout heißt der, glaube ich. Der erscheint dann natürlich auch auf Netflix. Ich weiß es nicht. Ich könnte ihn mir natürlich jetzt nicht mehr mit einer M60 und einem Baumstamm oder einer Kettensäge oder sonst irgendwas auf den Schultern vorstellen. Die Zeiten sind wirklich definitiv vorbei. Wenn man es aber wirklich ein bisschen besser verpackt, könnte es noch, ja, zumindest auf der leichteren Basis funktionieren. Also ein bisschen rumballern und vielleicht ein, zwei Bud Spencer-Keulen verteilen. Aber ob es jetzt wirklich nochmal ein Phantomkommando, ich meine, die Zeiten sind, glaube ich, auch tatsächlich vorbei, das hat er auch verstanden. Ja, das, glaube ich, würde auch nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, das ist irgendwann auch für den Zuschauer nicht mehr wirklich glaubwürdig. Nein, nee, ich denke es, also ich denke es auch, dass, ich hoffe es, also es ist alles möglich mittlerweile, aber ich hoffe auch, dass es jetzt einfach mal sagt, okay, gut, wir machen es ein bisschen ruhiger und vielleicht mal zwischendrin halt mal ein paar Action-Sequenzen, aber jetzt auch nichts so dermaßen überspitztes, dass man jetzt dann halt auch irgendwelche Doubles noch mit einsetzen muss. Und ja, es macht halt viel kaputt, wenn man von hinten schon sieht, okay, das ist er jetzt nicht. Aber man muss ihm ja schon lassen, dieses Selbstironische und dieses Komikhafte oder Komische, das kann der eigentlich schon ganz gut oder da passt er auch gut rein, besser als Sylvester Stallone, den finde ich, wenn er einen auf witzig macht, nicht immer ganz so passend. Und das liegt, glaube ich, einfach auch an Arnold Schwarzeneggers vergangener Karriere, dass er solche Filme bisher besser drauf hatte. Und in die Richtung entwickelt sich ja anscheinend ja auch die Serie. Ich bin gespannt, wie sie es in der zweiten Staffel umsetzen. Ja, falls eine kommt, ich glaube aber schon, ich denke, die dürfte schon erfolgreich sein oder zumindestens mal den Film. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr anmerken möchtet, was ihr runterputzen möchtet oder so mal den Sack zu? Ich glaube, wir haben das Wesentlichste genannt. Also wer möchte, kann, also wichtig ist, dass man nach den ersten beiden Folgen, glaube ich, der Serie dran bleibt, weil sie hat dann schon so kleine Hänger- und so Füllerfolgen, so Missionen, wo man sich denkt, die hätten wir nicht auch sparen können. Also ich hatte das Gefühl, die versuchen auf eine gewisse Folgenzahl zu kommen, weil manche Dinge hätten wir einfach weglassen können tatsächlich auch. Aber wenn man dran bleibt, wird die zum Schluss immer noch wieder ganz gut. Und gerade diese Sidekicks trinken da eben noch mehr Fleisch, was mich dann wirklich überrascht hat. Damit habe ich nicht gerechnet, dass dann doch nochmal ein Drehbuchautor da denen noch ein bisschen was zuschreibt. Und man kann da, man kann die gut schauen. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, uns gibt es auf diversen Plattformen. Wir haben eine tolle Webseite, da dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist www.tele-stammtisch.de. Da gibt es auch alle Besprechungen, News, vielleicht auch ein paar erotische Bilder von David. Wir wissen es noch nicht. Schauen wir nach. Okay, gut, wir machen es einfach fertig. Ich sage Tschau, bis zum nächsten Mal und dann darf der David und am Schluss darf die Theresia. Tschüss, tschüss. Ich sage Tschüss, diese Folge war kein Fuba. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.